So, wir kommen zurück zum nächsten Teil von... Wir haben den vermissten Raum gefunden bei Grim Fandango. Was haben wir denn hier? Wow, da war aber ein Katzenliebhaber am Werk. Brauche ich nicht. Sie taugen schon lebend nicht viel und ausgestopft sind sie auch nicht besser. Geliebte Feuerpfote, diese majestätische Katze war viele Jahre Halter des Geschwindigkeitsrechts. Und Liebling der Massen in Ruwakawa. Bis ihre Karriere plötzlich und unerwartet in der zweiten Rennwoche der Saison ein tragisches Ende fand. Als das Luftschiff Olivia 1 auf seinem Jungfernflug auf die Rennbahn stürzte und explodierte. Viele der zutiefst betroffenen Fans beteuerten später, dass Feuerpfote vor der Explosion in Führung lag. Die übliche. So, mehr ist hier... Nicht, ne? Ne, dann gehen wir in den Raum hier. Wer ist tot? Guck mal hier. Da steht revolutionäres Design. Öffnet Futterdosen ohne scharfe Kanten. Mitnehmen. Kraftfutter für Sieger. Ich will mir keinen Bruch heben. Wie groß sind denn bitte die Katzen? Wenn das hier das Katzenklo ist. Und das die Futterdosen. Das Katzenstreu müsste dringend mal ausgewechselt werden. Das ist genau der Grund, aus dem ich kein Haustier habe. Weil du keinen Bock hast, hier das Katzenstreu oder dich um das Viech zu kümmern, ja? Das ist genau der Grund, aus dem ich kein Haustier habe. Hehehehe. Ha! 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 Ich hab gesagt, du sollst das nehmen. Da lachst du mich nur aus. So verlockend es auch sein mag, ich kann mich nicht dazu durchringen, in das riesige, dreckige Katzenklo zuzuspringen. Ha! Ha! Das ist genau der Grund, aus dem ich kein Haustier habe. Ja, ja. Ja, mehr ist hier nicht. Hm. Hinten ist nix, ne? Ich nehme mal die Pfeiltasten. Ne? 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 Hinten ist nix, ne? Single Tröster erscheint aus dem Licht! Es ist ein Wunder! Achso, jetzt sind wir hier. Gewinnt wieder an Flo, Milad! Flo, Sack! Läuft jetzt in die Dinge rein! Flo, Sack! Also ich guck mal kurz meine Unterlagen hier an Flo-Sack Flo-Sack Und Flo-Villa Rasanta Racker hält sich vermissen Rasanta Racker läuft auf die Zielgeraden Wir machen das eine Flieger Rasanta Racker ist erste Gefolgt von Flo-Sack Und auf dem dritten Platz ist Flo-Villa Flo-Sack Flo-Villa So ne Biker schon dreimal So hier lang So genau das ist der Knast Hier ist glaube ich zu ne Ach ne das ist gleich ein Schauhaus Ne Jetzt hier hin Achso das war wieder hier Genau das ist der Zugang zu dem da Ne da kommen wir in Uyen wieder zurück Oh hier haben wir noch was noch nicht gesehen Ich glaube wir werden zu Gareth's Set kommen Das habe ich Das habe ich Das habe ich zwei Wochen Gareth's Arbeit verletzt By trying to learn how to 3D model And somehow I ended up erasing Two weeks of his work Because it was the fish place That you had to redo Oh yeah the elevator Yeah the elevator And that place with the fish Warten wir was war hier oben Aha Hier waren wir noch nicht Calavera Café Ähm Da Ach ne Quatsch Ne hier wollte ich ja gar nicht hin Das ist ja unser Café Ne das war jetzt hier Unfug Ich wollte ja in das andere Café Höre Genau. Das, was ich ursprünglich dachte, dass es unseres ist, aber das ist ja gar nicht der Fall. Das ist ja das andere Café. Wo? War das in Spanien? Ich glaube, es war in Paris. Und ich erinnere mich, dass ich eine Fotos gesehen habe und ich dachte, oh, Peter. Ein guter Arzt, ein guter Arzt, ein guter Arzt, ein guter Arzt, ein guter Arzt. Blue Casket. Klingt einfach nicht so knackig wie Calavera-Café, nicht wahr? Gewiss, ja. Okay. Ähm, geh mal runter hier, Manny, sonst kann ich hier irgendwie nicht interagieren. Sieh sich eine D an. Die sehen aus, als wären sie vor Langeweile gestorben. Hi, wie heißt du? Hi, wie heißt du? Das ist ja sehr interaktiv. Irre. Nein. Nein. Das ist das Spotlight. Ja. Ja, so das war eine andere, wir lifted up, oder haben wir die Technologie von Render Droid, die in Jedi Knight, aber es gab nicht Spottlights. Es gab nur Direktional Lights und Point Lights. So, das war eigentlich eine der sehr ersten Dinge, die ich hatte. Das ist das erste Mal, das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das sehe ich ja jetzt erst. Welcher Statiker hat sich das ausgedacht? Sieht aus, als wäre heute Talentabend. Kann man es benutzen? Test, Test, Test. Alright, who's ready to rock'n'roll? Naja, später vielleicht, okay. Was ist eigentlich mit dem Essen in Flugzeugen los? Versucht er witzig zu sein? Ich meine, die Portionen sind klein und schlecht. Als Tote hat man nichts mehr zu lachen, Genosse. Leben ist Schmerz. Der Tod ist jetzt. Ich habe meine Haut versetzt. Ist hier jemand, der weiß, wo ich Werkzeug herbekomme? Das einzige Werkzeug hier bist du. Yeah, Werkzeug der Regierung. Marionette der Ausbeiter. Ha, solche Leute. Hey, weiß einer, wie ich in die Seefahrer-Gewerkschaft komme? Hey, wir wollen die Arbeiter organisieren. Nicht sabotieren. Guten Abend. Ich möchte ein Gedicht vortragen. Eruption. Suhle dich. Vernimmst du meine Qual? Frist sich durch dein Hirn. Gib dich hin. Eine einzelne trockene Träne. Gesamtheit. Einigkeit. Knochigkeit. Das war's. Gratias. Muchísimas gracias. Aha. Erre. Gets. und dann für mich immer sehr interessiert ist, in Beatniks Beatniks und Reds ich denke, es war so foreign zu mir, die Red Scare war nicht von meinem eigentlichen Leben aber es war immer so es ist immer so funny zu mir, wie passionate die Leute waren wie vieles an der Sache war für sie von einem Safe Bistanz es war einfach so wie, oh wow, die Leute waren wirklich concernend über die Communisten und Unionen kommt hier reden also, was haltet ihr von dem Gedicht? es hat mir gefallen es war deprimierend und wunderschön zugleich genau wie meine Mutter ich fand's grässlich es war zu kurz und für mich völlig nicht sagt wie mein Vater ich habe nichts empfunden es ist kindisch und egozentrisch wie mein Kater, Mr. Trotzki Trotzki aber verstehst du denn nicht? mit dem Sturz der Regierung sind unsere Probleme beseitigt ah, Quatsch wir werden immer bewaffnete Gruppen brauchen die ein auflebendes Kapitalismus verhindern diese faschistische Denkweise ist genauso tot wie du, Genosse wenn alle Waffen verschwunden sind fangen die Leute an sich gegenseitig zu kontrollieren dann hält allein die öffentliche Meinung sie davon ab Verbrechen zu begehen Hola, ihr Wohlstandskinder hey, schau an wer sich da blicken lässt es ist Manny Calavera die linke und rechte Hand sowie der Arsch der Nuvorich verschwinde du Lackaffe wir reden über Dinge die du nicht verstehst wie Wahrheit und Schönheit sehr nett noch mehr Freaks hi, wie heißt du? ja, doch so gesprächig noch mehr Freaks hi, wie heißt du? hä? ich wollte jetzt eigentlich mit ihr reden hi, wie heißt du? macht sie nix Lola? was machst du denn hier? die Leute hier haben nicht viel für Fotos übrig es sei denn sie sind von Lenin scht ich liege auf der Lauer, Manny ich werde Maximino ein für allemal beweisen dass Olivia ein falsches Spiel mit ihm treibt du hängst immer noch an Max was? hör auf meinen Radengelchen vergiss ihn er ist ein Gangster und Spieler so wie du? oh, das tut weh, Baby scht da kommen sie komm, Söße ein Küsschen zum Abschied oh, shit enttäusch mich nicht, Nick du bist Anwalt du solltest keine Gefühle haben hab ich auch nicht ich habe nur ein Gespür für gute Fälle hey, wenn Maximino das sieht landen wir beide in Terracotta übertöpfen sei nicht albern er würde mir nichts tun er liebt mich manny endlich sind wir allein und? wie geht's der Bourgeoisie? prima wie geht's Max? oh, fang bloß nicht damit an hast du irgendwie ein paar Probleme mit der Stange hier oder warum zuckst du da so rum? ist die so erregend? ach, jetzt geht's warum gibst du dich eigentlich mit so einer Schlange wie Nick ab? ich würd's dir ja erklären, Manny aber ach, das würdest du nicht verstehen mit dem Rechtsanwalt seines Freundes zu turteln kann gefährlich werden oh, vielleicht hab ich mich geirrt du verstehst es ja doch ich mache mir ein bisschen Sorgen um Lola sie rennt in ihr Verderben, Manny sie hat sich in Maximino verliebt das ist der einzige Fehler, den ich nie begangen habe glaubst du, dass Nick ihr etwas antun würde? nur, wenn er sie findet und eins kannst du mir glauben etwas wiederzufinden war noch nie seine Stärke sag mal, rammelt das Ding sie durch oder was ist das? man nennt den Pfosten nicht umsonst, die Nähmaschine der Talentabend scheint ein voller Erfolg zu sein diese schüchternen Seelen brauchen immer eine Weile bis sie den nötigen Mut finden vielleicht würde es helfen, wenn du nach vorne gehst und die Sache in Schwung bringst oh, Manny soll ich in meinem eigenen Club Gedichte lesen? dann würde es ja so aussehen als hätte ich den Laden nur als Tempel zu meinen eigenen Ehren aufgezogen ach, komm okay Eruption suhle dich vernimmst du meine Qual? frisst sich durch dein Hirn gib dich hin eine einzelne, trockene Träne Gesamtheit Einigkeit Knochigkeit hey, du hast mein Gedicht geklaut betrachte es als Hommage hm, ich wollte gerade sagen das kommt mir sehr bekannt vor bisschen dunkel hier findest du nicht? dunkel und kalt wie die Herzen der Männer äh genau weißt du ich überlege, ob ich den Laden hier kaufen soll wirklich ich habe eine Weile überlegt, deinen zu kaufen aber dann habe ich mich entschlossen ihn von meinem Freund Max kaufen zu lassen du kannst ihn haben ich verlasse die Stadt Manny du sagst plötzlich so aufregende Sachen warum willst du die Stadt verlassen? die Hüter des Gesetzes, Baby weißt du, ich werde gesucht ach, wirklich du jagst diesem Phantomweib hinterher von dem alle sagen, dass du vollkommen besessen von ihr bist tja, ich habe ein Gedicht für dich geschrieben hör genau zu, denn es ist ziemlich kurz also i-i-i-idiot ok wir sehen uns, du coole Braut arbeite an deinem Slangmann bald hast du es raus kann man da reingehen? nein, aber hier Nur ein Tropfen reicht Hey Mann, du hast doch nicht etwa gesehen, wie ich die geheime Zutatte, die Zombies getan habe, oder? Entspann dich, Bolivia hat das Rezept ohnehin von mir geklaut Ja, sie nimmt es den Reichen und ich darf den Armen davon nachschenken Die Teller sind dreckig Ich will keine dreckigen Teller Ich esse nicht von dreckigen Tellern und spülen werde ich sie erst recht nicht Die Spüle ist voll mit dreckigem Wasserpfeifenwasser Ich werde die Brühe bestimmt nicht trinken und mitnehmen kann ich sie mit bloßen Händen auch nicht Der Geschäftspüler ist leer In der finalen Version des Spiels, sind die Backgräns eigentlich prerendered Flats? Ja, sie sind Das ist toll für mich, denn wir leben in der Welt mit 3D jetzt Wir leben in der Welt mit 3D jetzt, und wir verwendet die Kamera in diesen Sachen Aber, als du wählst, deine Kamera zu prerenderen etwas, das war es Da geht es Es ist Manni, in einer 3D-Karte mit Z-Depth Und wir brauchen die Daten, um ihn vor den Sachen zu prerenderen zu prerenderen zu prerenderen Ich kann es ja nix machen, nix, nur gucken Was ist das hier? Ein Eimer Oh, Essensreste Sobald mir ein Verwendungszweck für faulige Essensreste eingefallen ist, komme ich zurück Warum esst ihr überhaupt? Sobald mir ein Verwendungszweck für faulige Essensreste eingefallen ist, komme ich zurück So, wir können Wir können den Leuten hier Äh Manuel, es tut mir sehr leid, dass du noch nichts von deiner Metsche gehört hast Gedulde dich, du darfst dein Herz nicht verschließen Wenn es eure Bestimmung ist, werdet ihr eines Tages wieder vereint sein Äh, er glaubt noch immer, dass ich in sie verliebt bin Die können wir mal denen hier geben Hey, habe ich euch je erzählt, dass ihr mich an einen meiner Freunde erinnert? An Salvador Limones? Salvador Limones ist ein Amenmärchen Dass die Ausbeuter den Massen als Gute-Nacht-Geschichte erzählen Idiot! Salvador Limones ist sehr real und wahrlich ein großer Mann Er ist außerdem auch ein gefürchteter Briefeschreiber Was ist denn das? Ich, Salvador Limones, salutiere vor dir Manuel Calavera? Wichtiger Verbündeter in dieser gerechten Sache? Du kennst Salvador Limones? Wie ist er denn so? Warum hast du uns nie gesagt, dass du ein Freiheitskämpfer bist, Manuel? Ich kann nicht über meine Untergrundarbeit reden So, und was wir damit anstellen, gucken wir uns im nächsten Video an Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis gleich!